Hallihallo, ich mache monatlich Umfragen auf meiner Patreon-Seite und frage euch dort, was ihr denn diesen Monat so von mir sehen wollt. Und diesen Monat hat hier die C++ Boost Library gewonnen. Gut, gucken wir uns die einfach mal an, beziehungsweise gehen wir erstmal einen Schritt zurück. C++ ist zweifelsohne eine extrem mächtige Sprache, aber neben der sehr, sehr steilen Lernkurve von C++ hat es noch ein ganz anderes Problem. Und zwar ist die C++ Standardbibliothek relativ klein. Also im Vergleich zu anderen aktuellen Programmiersprachen wie zum Beispiel Java oder Python und so weiter und so fort oder auch C Sharp ist die Standardbibliothek von C++ echt ein Mikrik. Wenn man zum Beispiel mal anguckt, dass man irgendwie eine Network-Verbindung aufmachen will oder so, dann muss man in C++ einfach erstmal nach irgendwelchen Libraries gucken. Aber andere Sprachen wie zum Beispiel Java, C Sharp und so weiter geben da einem bereits etwas an die Hand. Und hier versuchen die Boost Libraries, also es gibt nicht die eine C++ Boost Library, sondern das sind viele Libraries, die unter diesem Namen Boost hier vertreten sind, versucht da ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Und zwar indem viele gängige Themen, die man eigentlich von der aktuellen Programmiersprache in der Standardbibliothek vermuten würde, einfach abdeckt und das selber programmiert. Dieses Boost ist so mächtig, dass es eigentlich mittlerweile mehr oder weniger zum Industriestandard geworden ist. Also in der Industrie, wenn man mit C++ umgehen kann, dann wird im Prinzip davon ausgegangen, dass man auch mit Boost schon mal gearbeitet hat. Und ich habe gerade eben gesagt, dass das Industriestandard wäre, das ist auch nach wie vor der Fall, aber es ist so sehr Industriestandard, dass viele Sachen von Boost, also viele Libraries von Boost einfach in C++11 und jetzt auch in C++17 einfach übernommen wurden. Also die wurden wirklich 1 zu 1 so übernommen, da wurde dann eben der Namespace von Boost auf std gestellt und das war es. Sonst war wirklich genau das Gleiche, wurde von Boost einfach 1 zu 1 in den C++ Standard übernommen. Und das muss man als Library oder Library-Sammlung erstmal schaffen, dass man es wirklich so in den Standard einfach so reinschafft. Das zeugt einfach von einer sehr, sehr hohen Qualität, die hier Boost an den Tag legt. Okay, jetzt gucken wir erstmal, was hier in Boost eigentlich drin ist. Dafür hier oben Boost.org, falls ihr es noch nicht gesehen habt, einfach mal hinnavigieren. Und dann können wir hier mal in die Documentation reingucken und dann wählen wir hier die aktuelle Version aus. Bei mir ist es 1.63. Ihr könnt das Aktuellste nehmen, was bei euch wirklich vertreten ist. Und dann seht man hier aufgelistet, was denn alles für Libraries denn hier vertreten sind. Und das sind eine Menge, wie man hier sieht offensichtlich. Und da gehe ich jetzt einfach mal über viele ein bisschen drüber und stelle euch die mal vor. Und ich dachte mir das so, dass ich dann auf Patreon auch nochmal eine Umfrage mache, zu was ihr denn ein bisschen mehr sehen wollt. Also wirklich, das sind jetzt hier nur ganz kurze Vorstellungen von den einzelnen Libraries. Und auch nicht alle. Das wäre vielleicht sonst ein bisschen viel. Okay, fangen wir mal an. Accumulators kann man sich so vorstellen, das ist ein Container für ganz normale Zahlen, also Integers oder Floats und so weiter. Was aber numerische Eigenschaften ein bisschen speichern kann. Also wir können zum Beispiel dann von diesem Container immer abfragen, was ist das Minimum, was ist das Maximum, was ist der Durchschnitt von diesem Container, Was ist die Standardabweichung, also auch solche statistischen Sachen können wir hier abfragen und so weiter und so fort. Und das alles ist hier in dem Accumulators drin implementiert. Das nächste ist dann Algorithms. Da bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen vom Namen ehrlich gesagt verwirrt, denn eigentlich haben sehr, 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 sehr viele Libraries hier in Boost Algorithmen drin. Deswegen ist man dann, wenn man hier reinguckt, vielleicht kurz ein bisschen enttäuscht. Da gibt es erstmal Suchalgorithmen für Strings. Ja, kann man benutzen, also wenn man jetzt irgendwie herausfinden will, an welcher Stelle in einem String ist ein anderer String und so weiter, kann man das nutzen. Ein bisschen interessanter sind vielleicht die hier, die all of, any of und so weiter. Da kann man dann zum Beispiel Arrays überprüfen, ob die eine gewisse Eigenschaft erfüllen, also dass ein Element von denen zum Beispiel exakt teilbar ist durch 1024 oder ob es das alle sind und so weiter und so fort. So was kann man dann damit machen. Dann kommen wir zur nächsten. Das wäre dann any. Also allein überspringen wir hier jetzt einfach mal. Guckt einfach mal, wie lang das Video ist. Dann wird es klar, warum ich manches hier überspringe. So, dann any ist ganz einfach ein Datentyp, der alles drin haben kann. Also der kann eine Zahl drin haben, der kann ein Boolean drin haben, der kann ein String drin haben, der kann alles drin haben. Das ist also sozusagen eine Erweiterung von C++ um einen schwach typisierten Datentypen. Das macht dann any. Array können wir überspringen. Das wurde in C++11 einfach 1 zu 1 so übernommen. Dann ACO ist wieder sehr interessant. Damit können wir Networking machen unter anderem und auch Timer. Also wir können zum Beispiel sagen, dass wir jetzt bitte an die und die IP-Adresse etwas senden wollen, irgendein Package übers Internet. Oder wir können sagen, in drei Sekunden führ mal bitte das und das aus. Also so was ist hier in ACO und ACO ist sehr, sehr, sehr umfangreich. Falls sowas gewinnen würde, dann würde ich da, also bei der Umfrage in Patreon, würde ich da eher nochmal eine eigene Serie tatsächlich aufmachen über ACO, anstatt es hier in diese Serie rein zu quetschen. Einfach weil das so umfangreich ist. Dann das nächste ist einfach eine Assert-Library. Also damit können wir dann Tests machen. Assign können wir überspringen. Das wurde, da gibt es in C++11 einfach bessere Varianten mittlerweile. Atomic ist, gibt es so auch mittlerweile in C++11, deswegen können wir es eigentlich auch überspringen. Ganz kurz trotzdem gesagt, was sind Atomic-Typen? Atomic-Typen sind primitive Datentypen, also Integers und so weiter und so fort, die aber gut damit umgehen, in multi-threaded Umgebungen zu funktionieren. Das nächste ist dann die B-Map. Das ist ein Container, also eine normale Map. Nochmal kurz zur Wiederholung, habe ich schon in meiner Basic-Serie zu C++ erklärt, was eine Map ist. Nochmal kurz zur Wiederholung. Also wir geben da einen Key rein und einen Value. Und wenn wir dann den Key wieder anfragen, dann kriegen wir den Value aus der Map raus. Das ist eine normale Map. Das gibt es so schon in C++. In Boost-B-Map gibt es jetzt aber eine zusätzliche Map, wo jeweils der Key und der Value beide jeweils Key und Value sind. Also wir könnten auch den Value reingeben und kriegen dann den Key raus. Also die B-Map, die funktioniert dann nicht nur in die eine Richtung, sondern auch in die andere Richtung. Dann Bind können wir überspringen. Call-Trades können wir überspringen. Bind übrigens ist auch wieder hier ein Fall, wo in C++ 11 einfach übernommen wurde. Crono wurde auch in C++ übernommen. Da habe ich tatsächlich auch ein Video darüber gemacht in meiner Basic-C++-Serie. Also falls ihr daran Interesse habt, dann einfach das nochmal angucken. Circular Buffer ist wieder ein Container. Und zwar kann man hier auch wieder wie bei einem normalen Vektor mit Pushback neues reinpushen die ganze Zeit. Aber das Besondere von dem Circular Buffer ist, dass der in seiner Größe niemals wächst. Und zwar wenn wir mit Pushback dann etwas reinpushen wollen, obwohl der Buffer schon wieder voll ist, dann wird das erste Element einfach überschrieben. Und dann wird das zweite Element einfach überschrieben und dann das dritte und so weiter und so fort. Und so geht es dann im Kreis. Das kann manchmal durchaus Sinn machen, wenn wir zum Beispiel immer nur an den neuesten Werten interessiert sind und die alten Werte einfach mit der Zeit verfallen dürfen. Dann kann so ein Circular Buffer durchaus Sinn machen. Dann Compatibility können wir wieder überspringen. Compressed Pair. Zunächst mal gibt es in C++ bereits einen Datentyp, der heißt Pair. Und der beinhaltet einfach zwei beliebige Typen. Das kann man dann zum Beispiel benutzen, wenn man von einer Funktion zwei Sachen zurückgeben möchte, anstatt nur einem. Dann kann man so ein Pair zurückgeben. Und hier gibt es nochmal eine optimiertere Version und zwar dieses Compressed Pair. Falls eins der beiden Member nämlich eigentlich leer ist, dann verbraucht dieses Compressed Pair weniger Speicher als die in der STD. Das ist ein bisschen ein Randfall. Das braucht man sehr, sehr selten. Aber falls man es mal braucht, dann kann man dieses Compressed Pair benutzen. So, das nächste ist dann Compute. Das macht einem die Welt ein bisschen leichter, wenn man mit OpenCL arbeiten möchte. Also wenn man auf der Grafikkarte tatsächlich Number Crunching machen möchte, dann kann man dieses Compute, diese Compute Library benutzen. Es macht es nicht komplett trivial. Also ganz gewiss nicht. Das erfordert immer noch, dass wir wie für OpenCL typisch uns Devices holen, Kontexts holen und so weiter und so fort. Und wir müssen auch eine Command Queue uns holen. Aber die Shader-Sprache, die können wir ein bisschen vereinfacht machen, dass die dann eher auf C++-Seite sozusagen geschrieben wurde, als eben in einem wirklichen Shader. Aber auch hier gilt wieder, falls das gewinnen sollte, hat es eher eigentlich eine eigene Serie verdient, finde ich. Kontext können wir wieder überspringen. Conversion ist eine Library, die einen zusätzlichen Casting-Operator beinhaltet, der, oder zwei sogar, nämlich den Polymorphic Cast und den Polymorphic Downcast. Der Randfall. Man kann die vielleicht ein bisschen schöner benutzen, anstatt den Dynamic Cast immer zu benutzen. Aber häufig braucht man es nicht. So, Convert und Core können wir wieder überspringen. Dann Core-Routine ist deprecated, denn es gibt mittlerweile Core-Routine 2. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema, finde ich. Das gibt es so eigentlich in C++ gar nicht, außer man benutzt eben hier diese Library. Wenn man von zum Beispiel C-Sharp kommt, dann kennt man das vielleicht. Core-Routinen funktionieren so, dass wir, wenn wir eine Funktion aufrufen, können wir aus dieser Funktion uns wieder returnen. Aber wenn wir sie nochmal aufrufen, dann geht die Funktion einfach dort weiter, wo wir eben aufgehört haben. Also das ist wirklich ein sehr spannendes Feature eigentlich für generell Programmier-Sprachen. Und dass das hier Boost ermöglicht, ist auf jeden Fall was Schönes. Dann CRC kann man benutzen, um eine Prüfsumme von etwas zu erstellen. Das kann auch manchmal sinnvoll sein. Oder ja, es gibt immer wieder, also sagen wir es so, wenn ihr ein File übertragen wollen würdet, über eine komplett neue Technologie zum Beispiel, dann könntet ihr so eine Prüfsumme erstellen, um zu checken, dass in diesem File nicht irgendwas kaputt gegangen ist bei der Übertragung. So was kann man hier benutzen zum Beispiel. Dann Datetime erlaubt einem verschiedene Zeitpunkte festzulegen, also Kalendertage sozusagen und vielleicht auch die Tage zwischen den jeweiligen Dates auszurechnen. Also einfach eine Zeitlibrary, welche Chrono sozusagen noch ein bisschen erweitert. DLL kann man benutzen, um mit DLLs, wie der Name eben schon sagt, also Dynamically, Dynamic Linked Modules oder Libraries zu arbeiten. Ja, für sowas kann man DLLs benutzen. Dann Dynamic Bitset ist wieder mal ein Container, der einfach irgendwelche Bitflags beinhalten kann, aber dynamisch wachsen kann. Dann Enable If wurde wieder in C++11 übernommen. Endian ist eine Library, damit kann man dann leichter herausfinden, ob man, ja, was für ein Endian der aktuelle Compiler und die aktuelle CPU unterstützt. Exception ist seit C++ eigentlich auch wieder zu ignorieren. Da konnte man früher in eine Exception noch beliebige Daten reinlegen, bevor man sie weitergeschmissen hat. Aber, ja, wie gesagt, braucht man mittlerweile nicht mehr. Das gibt in C++11 bessere Möglichkeiten. Dann Fiber. Fibers sind sozusagen Light Threads. Ja, so ein Thread beansprucht ja immer einen Core auf der CPU. Und so ein Fiber verhält sich für den Programmierer zunächst mal auch genauso. Aber alle Fibers laufen immer nur auf einem Thread. Bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt gerade klar geworden ist. Man hat also durch das Benutzen von Fibers als Programmierer das Gefühl, man hätte mehrere Threads, ohne tatsächlich mehrere Threads zu haben. Also es läuft immer nur ein Fiber von denen, die jeweils dem gleichen Thread zugewiesen sind. Dann File System macht das Arbeiten mit, ja, wie der Name schon sagt, im Prinzip mit File Systems ein bisschen leichter. Dann ermöglicht Flyweight ein sogenanntes Design Pattern, welches sich darum kümmert, dass sich unterschiedliche Objekte den gleichen Speicher teilen. Das kann man zum Beispiel benutzen, wenn man, ja, wenn man eine klasse Person hat. Und in dieser Person ist auch der Wohnort drin, also zum Beispiel die Stadt. Aber die wohnen jetzt, wir haben zum Beispiel eine Million und davon wohnen alle in New York. Dann bräuchten wir nicht diesen String New York eine Million mal abspeichern, sondern könnten mit Flyweight dafür sorgen, dass die alle auf das Gleiche drauf zeigen. Für Each können wir wieder ignorieren, in C++11 gibt es da eine bessere Variante. Dann Format ist eine Alternative zu dem Printf, also das ganz alte STD Printf, was im Prinzip von C-Zeiten, Herrgott, kommt. Nur mit der Erweiterung, dass das Ganze hier typ-sicher ist, was eben Printf von C nicht ist. Dann überspringen wir hier eine Menge Function, Function Types, Functional, Functional Factory, Functional Forward, Hash, Overloaded Function und so weiter. Das überspringen wir hier alles. Fusion kann man mehr oder weniger eigentlich auch überspringen, weil es in C++11 auch hier wieder bessere Varianten gibt, um sogenannte Tuple zu erzeugen. Das sind einfach Datentypen, die mehrere Typen in sich drin haben. Also kann man sagen, wie eine Light Class, ein Light Struct, aber sehr, sehr grob. Deswegen überspringen wir das einfach mal. Dann Geometry ist was, wo man sehr leicht Geometrien, also mit Geometrien rechnen kann. Man kann also zum Beispiel die Distanz zwischen zwei Punkten berechnen und die Punkte selber auch erzeugen. GIL erlaubt es, mit Images ein bisschen zu arbeiten, also zum Beispiel Image-Dateien einfach rauszuschreiben auf die Festplatte. Graph und Graph Parallel ist im Prinzip das Gleiche, nur dass es mit mehreren Cores arbeiten kann. Die sorgen beide dafür, dass man mit mathematischen Graphen rechnen kann. Also zum Beispiel ein A-Stern, also ein Suchalgorithmus anwenden kann, um in diesem Graph den kürzesten Weg zwischen zwei Punkten zu finden. HANA können wir überspringen wieder. Das liegt einfach daran, dass Template-Meta-Programming so ein riesengroßes Thema ist. Das will ich hier ehrlich gesagt nicht mal wirklich richtig anschneiden. So, dann Heap ist wieder eine Datenstruktur, was eine Priority-Queue beinhaltet. Hat das Standard zwar schon, aber diese Priority-Queues, die unterstützen wenigstens noch ein bisschen mehr Funktionen. Dann überspringen wir hier wieder ein bisschen was bis Interprocess, das wird wieder interessant. Interprocess ist eine Library, die sich damit beschäftigt, dass verschiedene Prozesse auf dem gleichen Rechner miteinander reden können. Also wenn wir einen Prozess A haben, irgendein Programm A, dann kann dieses Programm Daten an ein anderes Programm B senden und wieder andersrum auch. Also die können dann miteinander reden, diese beiden Programme und das ist dann mit Interprocess hier möglich. Intervall-Überspringender Intrusive ist ein neuer Container, der beinhaltet, dass die Typen nicht kopiert werden in den Container, sondern dass immer noch die originalen außenstehenden Typen benutzt werden, beziehungsweise die Daten, nicht die Typen. Dass die Daten von außenstehenden Variablen immer noch benutzt werden weiterhin, ohne dass die wirklich rüberkopiert werden. Das macht diesen Container sehr, sehr schnell, aber auch fehlereinfällig, sagen wir so. Also wir brauchen da deutlich mehr Arbeit, um damit zu arbeiten. Ja, genau. Dann können wir hier wieder ein bisschen was überspringen. LexicalCast. LexicalCast ist wieder sehr interessant. Damit können wir nämlich zwischen Strings und numerischen Typen hin und her casten. Also wir können mit dieser Library sehr, sehr einfach sagen, okay, ich habe einen String 1, 2, 3 und kann den casten in 123 in ein Int. Also sowas kann man mit LexicalCasts hier, wie gesagt, sehr, sehr schön und sehr, sehr schnell machen. Dann gehen wir weiter, können wir wieder zwei überspringen. Dann kommen wir hier zu LogFree. LogFree hat wieder Datenstrukturen drin, die wir aber in einer Multithreaded Umgebung einfach ohne Probleme benutzen können. Logging ist eine, ja, Log, beinhaltet Logging halt. Also wir können damit ganz einfach dann Logs schreiben, ob irgendwas schief gegangen ist oder ob wir jetzt gerade eine Datenbankverbindung geöffnet haben und so weiter und so fort. Und das können wir dann zum Beispiel in Dateien schreiben oder sonst irgendwo hinsenden. Dann kommen wir hier zu jeder Menge Math-Zeug. Math, 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 Math ist im Prinzip, ja, kurz zusammengefasst halt mathematische Funktionen über unterschiedliche Themen. Member Function überspringen wir. Metastate Machine ist wieder interessant. Metastate Machine oder generell gesagt State Machines ist ein Design Pattern, um ein State zu definieren, also ein Zustand von unserem Programm oder ein Teil von unserem Programm. Und dann zu sagen, von diesem Zustand können wir in beliebige andere Zustände wechseln und wir geben an, wir können in den Zustand wechseln, wir können in den Zustand, in den Zustand und so weiter wechseln. Und falls wir dahin wechseln, dann werden andere Funktionen ausgeführt. Und bei dem Wechsel selber wird noch was ausgeführt. Also sowas sind State Machines. Da kann man, um mal wieder ein Beispiel zu nennen von der Spieleentwicklung, was ja im Prinzip mein Hobby ist, also, oder, ja, hoffentlich mal nicht mehr mein Hobby, irgendwann mal gucken. State Machines können dort benutzt werden, um den Zustand von dem Spielecharakter zu definieren. Also, wenn der jetzt gerade irgendwo runterfällt, dann ist das ein Zustand. Und dieser Zustand kann entweder einfach so weitergehen oder er kann dann irgendwo mal landen. Und zwar entweder er landet auf dem Boden oder er landet auf dem Gegner und so weiter. Und das sind alles auch wieder zusätzliche States. So, und das kann man hier mit State Machines sehr, sehr schön und überschaubar abbilden. Und dadurch das Programm dann auch deutlich leichter verstehen, wenn man das Ganze mal in State Machine Form gefasst hat. Genau. Dann gehen wir weiter. Metaparser ist wieder Template Metaprogramming, können wir überspringen. Min Max ist nicht, also, Achtung, nicht irgendwie verwechseln mit dem KI-Algorithmus, der zum Beispiel für Schach benutzt werden kann. Das hat damit nichts zu tun, sondern das ist einfach nur eine zusätzliche Funktion, wo man zwei Daten reingeben kann. Und das bestimmt sowohl das Minimum als auch das Maximum. Ist in C++11 auch wieder mit von der Partie und ist sehr trivial, deswegen kann man einfach weitergehen. Move sind die Move-Semantics, also um Daten zu verschieben, die aber in C++11 auch schon mit drin sind. MPI ist wieder auch ein sehr, sehr großes Thema, was mit Multithreading zu tun hat. MPL ist die Boost Meta, ist das Meta-Template, oder, äh, Quatsch, das, die Meta-Library eigentlich in Boostsoft. Die wird immer wieder zurückgegangen, wenn man mit Template Metaprogramming irgendwas machen will. Multi-Array ist mal wieder ein Container, welcher mehrdimensionale Arrays unterstützt, und zwar in einer Weise, die sehr dicht an den Standard-Containern ist. Also man kann da zum Beispiel Iteratoren über Beginn und End holen. Mit Multi-Index kann man dann verschiedene Container-Eigenschaften kombinieren, also man kann zum Beispiel einen Vektor machen, der verbunden ist mit einem Set. Dadurch kann man dann direkt drauf zugreifen auf die Elemente durch den Vektor, aber durch das Set ist das Ganze immer sortiert, oder gibt einem die Möglichkeit, das Ganze zu sortieren. Dann mit Multi-Precision kann man sich sehr leicht Typen erstellen, die beliebig genau sind, also man kann zum Beispiel einen Float-Wert machen, der auf 300 Stellen genau ist, also schon sehr genau. Oder Integers, die eine beliebige Größe annehmen können, und so weiter und so fort. Numeric Conversion erlaubt einem zwischen primitiven Zahlentypen hin und her zu casten, aber mit der Eigenschaft, dass, falls da was verloren geht, eine Exception geschmissen wird. Also wenn zum Beispiel von einem Int in ein Short gecastet werden will, und die Zahl, die in dem Int steht, ist aber viel zu groß für das Short, dann wäre bei einem normalen Cast, würde halt irgendwas passieren. Aber wenn wir Numeric Conversion benutzen, dann wird eine Exception geschmissen. Ode Int, ich glaube, so spricht man es, ist dann wieder eine sehr mathematische Library, die einem ermöglicht, sogenannte harmonische Oszillationen zu lösen, unter anderem, also generell, Ordinary Differential Equations kann das ganze Ding hier lösen. Falls ihr nicht wisst, was das ist, ist es überhaupt nicht schlimm, dann können wir auch einfach direkt weitergehen zu Operators. Die Library nimmt einem ein bisschen was ab, und zwar, wenn ihr jetzt mal eine eigene Klasse habt, und dort definiert ihr zum Beispiel den kleiner Operator. Ja, definiert ihr auf irgendeine Art und Weise. Dann kann man sich doch denken, okay, der größere Operator, der könnte dann mit diesem kleiner Operator relativ leicht implementiert werden. Und so ist es tatsächlich auch. Man kann hier nämlich dann sagen, okay, ich definiere den kleiner Operator, kleiner als Operator, und erbe zusätzlich von der Klasse less than comparable. Und dadurch definiert mir das dann automatisch direkt die größer als Operator, die größer gleich und kleiner gleich Operatoren. Also wir müssen von diesen ganzen Vergleichsoperatoren dann nur einen definieren und kriegen die anderen drei dann geschenkt dazu, wenn wir mit Operators hier arbeiten. Und dann optional ist wieder ein neuer Typ, der hier definiert wird. Und zwar könnte es ja eine Funktion geben, die ein int zurückgibt, aber in manchen Szenarien soll die einfach besser nichts zurückgeben. Und normalerweise würde man dann irgendwie eine minus 1 zum Beispiel zurückgeben oder irgendeinen anderen Wert, der eben signalisiert. Da ist gerade nichts Sinnvolles zurückgekommen. Aber wenn wir optional hier benutzen, dann ist es möglich, tatsächlich wirklich nichts zurückzugeben. Ja, dann geben wir ein leeres optional Objekt zurück und sonst geben wir einfach ein int zurück. Und dieses int könnte dann ganz normal benutzt werden, so wie man es bereits kennt. Über Parameter kann man dann Funktionen schreiben, die als Übergabeparameter die Parameter in beliebiger Reihenfolge erwarten können, aber man muss dann zusätzlich noch den Namen von den einzelnen Parametern angeben. Das kennt man vielleicht von Python. Wenn man Python irgendwie schon mal mitgearbeitet hat, dann kann man da unter anderem die einzelnen Parameter einfach dafür sorgen, dass die in einer beliebigen Reihenfolge übergeben werden, wenn man eben, ja, wie gesagt sagt, was welcher Parameter tatsächlich ist. Über Phoenix kann man dann sehr, sehr leicht etwas erstellen, was so ähnlich funktioniert wie Lambda-Ausdrücke. Also wenn man mit Lambda-Ausdrücken gerne arbeitet, aber die ein bisschen lesbarer möchte, dann kann man Phoenix auf jeden Fall benutzen. Das ist auf jeden Fall ein Blickmalwert. Pointer-Container kann man so eigentlich in C++11 auch besser benutzen, deswegen kann man es überspringen. Polygon erlaubt einem, wie der Name schon vermuten lässt, mit beliebigen Polygonen zu arbeiten, also zum Beispiel die Schnittfläche von zwei Polygonen herauszufinden. Oder, ja, hier steht Sporenoi-Diagramme, kann man damit relativ leicht machen. Pool stellt einen Memory-Pool zur Verfügung, da kann man dann ein bisschen schneller Speicher allokieren. Pre-Dev hat dann Predefined Makros drin, wo man herausfinden kann, okay, was für eine Version vom Compiler habe ich gerade, was für eine Architektur habe ich gerade, was für ein Operating System und so weiter und so fort. Pre-Prozessor ist mal hier nicht Template-Meta-Programming, sondern Pre-Prozessor-Meta-Programming. Dann überspringen wir hier aber auch, dann kommen wir zu Program-Options. Program-Options erlaubt einem Name-Value-Pairs vom User zu bekommen, also zum Beispiel über die Command-Line oder ein Config-File und dann eben sehr, sehr leicht, die Ausführung von dem Programm dahingehend zu ändern, je nachdem, was der User gerade eigentlich will. Property-Map können wir überspringen. Property-Tree ist ein Container, der eben eine Baumstruktur ermöglicht. Python ermöglicht einem sehr, sehr leicht zu definieren, dass irgendwelche Funktionen in C++ von Python aus aufgerufen werden können und andersherum. QVM steht für Quaternions, Vectors and Matrices, also ist wieder mal eine Mathe-Library, mit der man vor allem Vektoren und Matrizen sehr leicht rechnen kann und Quaternions, für diejenigen, die es nicht wissen, die beschreiben sehr schön Rotationen im dreidimensionalen Raum. Also das sind Quaternions, falls man das noch nie gehört hat. Random wurde so 1 zu 1 auch mal wieder hier in C++11 übernommen. Range ist eine, ja, Algorithmen-Library, wo man unter anderem dann mit Containern sehr leicht arbeiten kann. Also da kann man eine gewisse Range an, also Range ist ein Start-Iterator und ein End-Iterator und da kann man dann mit beliebig vielen Elementen einfach irgendetwas machen. Ratio und Rational sind zwei Libraries, die rationale Zahlen, also Brüche, darstellen können. Ref können wir überspringen, weil es in C++11 übernommen wurde. Mit Regex genauso, mit Result-Of können wir dann herausfinden, was gibt eine Funktion eigentlich zurück. Mit Scope-Exit können wir ein Objekt machen, welches, oder, nee, falsch, eine Funktion machen, welche ausgeführt wird, sobald ein Scope verlassen wird, also zum Beispiel eine Schleife verlassen wird. Damit kann man dann zum Beispiel Light Smart Pointer machen, ganz einfach gesprochen. Verliert aber heutzutage auch immer mehr an Bedeutung, weil es eben die Smart Pointer gibt. Serialization sorgt dafür, dass wir Objekte serialisieren können, also auf der Festplatte einfach abspeichern können, sagen können, okay, das ist jetzt gerade mein Objekt, das möchte ich später wieder so laden können. Signals ist deprecated wegen Signals 2. Und zwar Signals 2 implementiert ein, wieder auch hier ein Design Pattern, welches ermöglicht, dass wir sogenannte Slots über ein Signal triggern können. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir ein Objekt haben, irgendein Objekt. Und das hat eine Liste an verschiedenen Funktionen. Und da können wir dann diesem Objekt sagen, okay, jetzt führ bitte die alle aus. Und wir können zusätzliche Slots in dieses Objekt reinlegen. Und die werden dann auch jedes Mal ausgeführt, wenn dieses Signal getriggert wird. Das kann man zum Beispiel benutzen dann für GUIs. Wenn wir einen Button haben, der hat dann also verschiedene solche Slots. Und die werden alle ausgeführt, sobald das Signal kommt, nämlich das Signal, dass der User den Button gedrückt hat. Dann Smart Pointer sind so übernommen worden in C++11. Sort hat hier Algorithmen drin, um Arrays zu sortieren, die zum Teil schneller sind als STD-Sort. Also einfach mal reingucken und wie auch hier Performance und so weiter gilt immer messen, messen, messen. Und gucken, ob das vielleicht wirklich tatsächlich in eurem speziellen Fall schneller ist als STD-Sort. Mit Spirit können wir Strings untersuchen und zum Beispiel nur Zahlen rausfiltern oder einzelne Ziffern. State-Chart ist mal wieder hier eine Finite-State-Machine. Also das, was wir oben schon mit Meta-State-Machine hieß es, glaube ich, machen können, können wir hier auch nur, ist es eine Alternative. Static-Assert ist auch wieder übernommen worden in C++11. Da können wir dann einfach zu Compile-Zeit checken, ob alles auch richtig programmiert wurde und zum Beispiel Templates richtig benutzt wurden. Mit String-Algo, das sind einfach ganz allgemeine String-Algorithmen zum Beispiel, dass wir ein String wirklich zu Uppercase machen. Also, dass alle Buchstaben in Großbuchstaben umgewandelt werden oder in Lowercase, dann wird alles in Kleinbuchstaben umgewandelt und so weiter und so fort. Wenn dann das nächste ist hier Swap, es gibt ein STD-Swap, aber wenn man viel mit Boost-Objekten arbeitet, dann sollte man lieber Boost-Swap benutzen, nur einfach weil manche von diesen Boost-Objekten Optimisierungen drin haben, die aber nur ausgelöst werden, wenn wir wirklich Boost-Swap statt STD-Swap benutzen. System, damit kann man Fehlercodes unter anderem herausfinden. Test ist mal wieder was halt zum Testen, also Unit-Tests. Threat verliert an Bedeutung, da es in C++11 bereits übernommen wurde. Throw-Exception können wir ignorieren. Timer ist wieder sehr interessant, um Performance-Measurements zu machen. Damit kann man dann tatsächlich auch vom Scheduler verursachte Delays teilweise rausfiltern. Von dem her ist es ein sehr, sehr, sehr schönes Ding, um, wie gesagt, Performance zu messen. Tokenizer sorgt dafür, dass wir Strings splitten können an zum Beispiel Leerzeichen. Also wenn wir einen String haben und wir wollen die einzelnen Wörter nur haben, aber nicht den ganzen String, dann können wir diesen ursprünglichen String zerbrechen, eben an Leerzeichen und haben dann die einzelnen Wörter auf die anderen Weise. TR1 ist mittlerweile veraltet. TR1 ist übrigens der Technical Report 1, welcher in C++11 so zu den allergrößten Teilen implementiert wurde. TreeBool ist ein neuer Datentyp, welcher im Prinzip ein normaler Bool ist, aber er hat noch einen zusätzlichen dritten State. Also ein normaler Bool hat ja True und False und der TreeBool hat noch einen dritten State, nämlich Undetermined. Also wir wissen nicht, ist es jetzt gerade True oder False. Es kann in manchen Situationen durchaus sinnvoll sein, so einen dreiwertigen Datentyp zu benutzen. Mit TTI können wir sogenannte Type Trades herausfinden. Dazu komme ich aber gleich hier unten. Hier noch ist eine eigene Library Type Trades, deswegen überspringe ich das mal. Tuple braucht man eigentlich auch nicht mehr. Tuple gibt es jetzt mittlerweile auch schon in C++11. Type Erasure überspringen wir. Type Index ist, um herauszufinden, was für ein Typ. Etwas hat, ist aber in C++11 auch eigentlich wieder veraltet. Type Trades, damit können wir herausfinden, okay, wir können einen Typ da reingeben, zum Beispiel ein Int oder ein Double oder eine Klasse oder sonst irgendetwas. Und dadurch können wir dann herausfinden, ist das Ganze ein numerischer Typ, ist das Ganze ein Floating Point Typ und so weiter und so fort. Type Off können wir auch überspringen, da es das Auto Keyword mittlerweile gibt und dadurch das Ganze auch wieder obsolet ist. Dann wieder eine Mathematik Library, UBLAST, das beinhaltet Matrizen und Vektoren. Dann Units, damit kann man also einfach Einheiten definieren oder auch schon vorgefertigte benutzen, also zum Beispiel Kilometer, Meter, eine Geschwindigkeit wie zum Beispiel kmh und so weiter. Kann man hier benutzen und die dann auch tatsächlich miteinander multiplizieren. Also wenn wir zum Beispiel Newton multiplizieren mit Meter, dann würde eben Joule rauskommen in dem Fall. Genau. Unordered ist wieder in C++11 drin. Utility ist ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, dass das hier nochmal eine extra Library ist, aber so ist es halt. Da sind dann solche Sachen drin, wie zum Beispiel Check Delete, das sorgt dafür, dass etwas wirklich gelöscht wird und so weiter und so fort. Das kann man aber eigentlich mehr oder weniger eigentlich überspringen. Dann UUID ist eine Universal Unique Identifier, das hat nichts wirklich mit Boost zu tun oder C++, sondern das ist ein ganz allgemeiner Begriff in der Programmierung. Und zwar ist eine sogenannte UUID einfach eine 128-Bit-Lange Zahl, die damit dann eindeutig irgendetwas definiert. Also ihr könnt zum Beispiel, ja, irgendetwas eine beliebige UUID geben. Ihr könntet hergehen und sagen, euer Bildschirm, auf den ihr gerade guckt, hat die UUID so und so. Und weil die UUID eine so enorme Zahl ist, ist eigentlich nahezu gewährleistet, zumindest aus praktischer Sicht, dass es niemals zwei gleiche UUIDs geben wird. Einfach weil diese Zahl so gigantisch groß ist. Deswegen gibt es auch keine zentrale Stelle irgendwie, die sagt, okay, wir haben hier alle UUIDs in unserer Datenbank drin. Sowas gibt es nicht, sondern jeder kann einfach sich selber so eine UUID definieren, entweder komplett zufällig oder es gibt auch ein paar Bits, die definiert sind, die sollte man dann als Zeitstempel und so weiter benutzen. Aber ja, wie gesagt, es gibt keine zentrale Stelle, die das Ganze definiert, sondern jeder kann sich eine eigene UUID definieren. Dann kommen wir zu Value Initialized, was wir aber eigentlich überspringen können, brauchen wir nicht unbedingt. Variant ist auch wieder nicht mehr sinnvoll seit C++11. Der große Grund für Variant war, das ist im Prinzip ein Union, aber vor C++11 konnte man noch nicht frei da irgendwas reintun, zum Beispiel ein STD-String ging nicht, konnte man in ein Union nicht reinpacken. Aber mittlerweile geht das, deswegen brauchen wir das eigentlich auch nicht mehr. V und D ist wieder Metaprogramming, lassen wir mal besser weg. Wave können wir eigentlich auch weglassen und dann haben wir hier nochmal eine Regex-Library, die aber ermöglicht, dass wir die Regex-Ausdrücke nicht wirklich nur als Strings machen, sondern wir können die auch in C++-Code schreiben und so zur Laufzeit prüfen, ob diese Regex-Ausdrücke auch korrekt sind. Ja, und damit wär's das Ganze dann mit Boost. Wie gesagt, das ist eine sehr große Sammlung an viel, viel Code in der C++-Library. Ein paar Ausgewählte werde ich, wie gesagt, auf Patreon jetzt mal packen und dann eine Umfrage machen, was ihr denn hier gerne sehen wollt. Gut.